HTML5. HTML5 ist die neueste Version der Web-Auszeichnungssprache, quasi Web-Programmiersprache HTML. Das Besondere an HTML5 ist, es ist zum ersten Mal möglich, dass man interaktive Elemente direkt in HTML umsetzt und man muss eben nicht mehr, wenn man ein Video beispielsweise oder ein etwas einfacheres Spiel umsetzen möchte, muss man nicht mehr auf die Ersatztechnologie Flash setzen. Das ist vor allem spannend für iPhones zum Beispiel, weil da ist die Flash-Technologie einfach nicht verfügbar und die einzige Möglichkeit momentan derzeit Videos, Internetvideos auf dem iPhone anzuschauen, ist direkt über YouTube und in Zukunft wird es eben auch für andere Videoplattformen möglich sein, die dann eben auf HTML5 setzen.